Vorbei die Ecke sehen wir die Laboralsschlüsse. Die Laboralsschlüsse, aber auch von der Unterrichtung von Kersterei beschuldigt und enthalten am 5. Juni in 1578. In 1573. Oh, zeigt uns schon das Buch, was er zeigert von den großen Aufruhr gegen den spanischen König. Und fünf Jahre später in 1573. Sie waren alle Kmaar, die sie ziek und jedes Jahr auf 8 Oktober werden sie großartig gefeiert. Straks auf der Hoek sehen wir die Moralsschlüsse. Die Moral von Ehrmonds werden...